Ich habe den Marraquard nicht gegessen. Peter, wer hat ihn denn sonst gegessen? Du, Margarita! Was soll ich dazu noch sagen? Der Mann trefft mich einfach in den Vase, wie ich. Erst der Quark, dann der Berg, dann das Elginim, das übrigens sein Sohn gewesen ist mit einem allererischen Schock. Ich weiß, dass Corona eine harte Zeit ist für uns alle, aber ich habe das nicht mehr gemacht. Also Sie haben ja gesehen, was soll ich denn dazu sagen? Der ist ein Wrack. Dann geht er in den Keller, klaut mir meinen Marraquard, macht er sich ein Häuschen in eine Toilette, die da seit 15 Jahren steht und frisst den Quark aus dem Klo. Niemand weiß warum. Barfuß rennt er rum, schreit, Aliens sind hier. Ich habe ein Sechsjähriger oder so, wissen Sie. Das hier ist kein Vater. Was würden Sie denn tun?